Musik Ein guter Start ins Leben mit Ihrem Klinikum Ölzen. Musik Jede Geburt ist einzigartig, individuell, sicher und natürlich. So sollen Sie die Geburt im Klinikum Ölzen erleben. Wir bitten Ihnen eine individuelle Betreuung während der Schwangerschaft unter der Geburt und nach der Entbindung. Im Sinne einer familienfreundlichen Atmosphäre freuen wir uns, wenn Ihr Partner Sie während der Entbindung begleitet. In unseren Familienzimmern kann Ihre neue Familie ungestört sein. Mutter und Kind sind eine Einheit und werden auch nach der Geburt nicht voneinander getrennt. Musik Die Angebote im Kreißsaal beschränken sich nicht nur auf ein normales Gebot. Wenn es notwendig ist, zur Schmerzlinderung können wir Akupunktur anbieten oder eine Wanne, wo auch im warmen Wasser die Schmerzen weniger werden. Muttermilch ist die natürlichste und beste Ernährung für Ihr Baby. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Still- und Laktationsberaterinnen schon vor der Geburt unterstützend zur Seite. Wir Hebammen betreuen die Patienten vor, während und nach der Entbindung. Begleiten Sie hier im Kreißsaal von Anfang bis zum Ende und versuchen Ihnen die Angst zu nehmen. Musik Wir sind hier in der Kinderheilkunde, in der Pädiatrie. Und für uns ist es halt eine ganz besondere Situation, dass wir mit der Geburtshilfe, den Geburtshelfern zusammen, das Mutter-Kind-Zentrum haben. In dem wir vor allen Dingen Früh- und Neugeborene jederzeit rund um die Uhr versorgen können, die hier geboren werden. Das heißt, Komplikationen, die auftreten, können wir im Hause beherrschen, weil der Kinderarzt immer rund um die Uhr da ist. Häufig werden wir allerdings nur zu diesen Vorsorgen, die ich jetzt hier gerade mache, benötigt, weil in der Regel die Geburt ja unproblematisch verläuft. Zusammenarbeit und Informationsflüsse vor der Geburt, während der Geburt und nach der Geburt ist für uns eben ganz wichtig, zum Wohl der Kleinen, weil eben die ersten Lebensminuten mit die wichtigsten im Leben sind. Wir wünschen Ihnen einen schönen Schwangerschafts- und Geburtsverlauf und freuen uns, Sie dabei zu begleiten. Ihr Klinikum Uelzen Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank.